Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist gut, dass wir jetzt endlich in die parlamentarischen Beratungen gehen zu diesem wichtigen Vorhaben, Kinderehen zu bekämpfen. Ich halte das für wichtig. Wir haben sicherlich schon einige Einzelfälle in Deutschland, aber so richtig auf die Agenda gesetzt hat sich dieses Thema dadurch, dass eben mit den vielen Menschen, die als Flüchtlinge und Migranten zu uns gekommen sind, eben auch Ehen zu uns gekommen sind, Minderjährige gekommen sind, die schon verheiratet waren. Deshalb müssen wir uns darum kümmern, wie wir diesen Menschen, diesen jungen Mädchen, die es meistens sind, helfen können, aus einer Situation herauszukommen, die sie sich nicht freiwillig ausgesucht haben. Denn zum Phänomen der Kinderehe gehört, es ist nicht gleich, aber die Schnittmenge ist groß, dass es oftmals eben um Zwangsehen geht, die nicht freiwillig eingegangen worden sind. Es kommt häufig dazu, dass auch das Paar sich nach unseren Vorstellungen nicht zusammenpasst, dass deutlich ältere Männer zu jüngeren Frauen kommen. Das passt dann doch nicht in unsere Vorstellung und scheint eben auch besonders zu unterstreichen, dass es hier nicht um eine freiwillige, selbstgewählte Ehe geht. Nun mag in manchen Stellen der Grund gewesen sein, dass man auch auf der Flucht den Schutz vor Übergriffen hatte. Aber ich denke, das macht sich besser. Und gerade in dem Beispiel, das Sie genannt haben, Herr Kollege Petzold, finde ich, dass ein Onkel seiner Nichte auch dann Schutz gewähren kann, wenn es nicht auch gleichzeitig noch eine Ehe zwischen Verwandten wird. Und noch ein Grund kommt typischerweise dazu, nämlich, dass eine solche Ehe aus diesem Kulturkreis häufig auch ein anderes Bild von Ehe mit sich bringt. Da werden andere eheliche Pflichten angenommen. Und wir haben hier im letzten Jahr zu den Fragen, was gibt es für eheliche Pflichten, sehr ausführlich gesprochen. Unter dem Schlagwort Nein heißt Nein haben wir hier sehr eindeutig und sehr einig klargestellt, dass auch eine Ehe kein Recht gibt zu sexuellen Übergriffen. Und die Ehen, mit denen wir es in diesem Zusammenhang zu tun haben, die haben da häufig auch ein anderes Bild von Ehe. Und auch deshalb müssen wir hier eingreifen und können das so nicht hingeben. Solche Ehen sind für uns aus zwei Gründen nicht tragbar. Sie sind mit unseren Werten nicht vereinbar. Mit unseren Vorstellungen von Gleichberechtigung, von Selbstbestimmung, von Schutz des Kindes, von freier Entfaltung, vom Bild der Ehe. Das bei uns darauf beruht, dass da zwei Menschen freiwillig und aus Zuneigung zueinander diese Ehe eingehen. Es geht darum, klarzumachen, was bei uns geht und was eben nicht geht. Noch wichtiger ist aber, dass wir für die Mädchen diese Situation beenden, diese unerträgliche Situation. Und deshalb schaffen wir zum einen eine sichere Rechtsgrundlage dafür, dass das Jugendamt sehr schnell und beherzt eingreifen kann. Und zwar unabhängig davon, ob wir je nach rechtlicher Konstellation noch eine Ehe nach dem Heimatrecht des Paares annehmen. Und der zweite Punkt ist, wir schaffen eben die rechtliche Grundlage dafür, diese Ehen zu beenden. Es gab eine lebhafte Diskussion darum bisher, welche rechtliche Konstruktion da die bessere ist. Die Annahme der Nichtigkeit oder die Aufhebung im Einzelfall. Das ist der Streitpunkt. Und den einen erscheint die Nichtigkeit richtig. Ich glaube, da spielt häufig eine Rolle, dass man denkt, das ist noch das stärkere Verdikt. Das ist noch das stärkere Unwerturteil zu sagen. Das ist null und nichtig. Aber ich denke, das ist zu kurz gesprungen. Ich denke, dass die Aufhebung im Einzelfall mit dem Hoheitsakt durch den Richter, der auch Klarheit schafft, dass jetzt diese Ehe aufgehoben ist, der bessere Weg ist. Wir haben einige Nachteile der angenommenen Nichtigkeit gehört. Sie schafft eben Unsicherheit für die Kinder. Es gibt keine Behörde, die mal verbindlich feststellt, was es jetzt gibt. Und dergleichen mehr. Im Vergleich dazu eben die Aufhebbarkeit, die eben auch Platz lässt für Einzelfallentscheidungen. Ich möchte aber sagen, was ich unter Einzelfallentscheidungen dann auch akzeptieren könnte und was eben auch nicht. Da wird ja auch häufig gesagt, wenn schon ein Kind da ist, dann muss man das vielleicht anders sehen mit der Aufhebbarkeit der Ehe. Solche Gründe kann ich nicht akzeptieren. Ich kann auch nicht akzeptieren, wenn gesagt wird, hier hat doch der Mann das Mädchen unter Schutz genommen. Das sage ich ganz klar, die Zeit, in der der Deal galt, eheliche Pflichten gegen männlichen Schutz, die sind in Deutschland lange vorbei. Und deshalb kann es nur einen einzigen Grund geben für eine Ausnahme, und das ist die Beziehung selber. Wenn dort eine Beziehung ist, die freiwillig eingegangen ist, die auf Zuneigung beruht, dann braucht sich der Staat wirklich nicht darum zu kümmern. Dann muss er sich auch zurücknehmen und das akzeptieren, gerade dann, wenn auch die Betroffenen möglicherweise auch schon nah an der Volljährigkeit sind. Dann kann man da sicherlich eine Ausnahme machen. Der Gesetzentwurf, den wir jetzt in die Beratungen nehmen, geht noch von einer Kombination von Nichtigkeit für Minderjährige, die bis zum 16. Geburtstag geheiratet haben, aus und darüber hinaus dann die Aufhebbarkeit. Wie gesagt, ich denke, da werden wir auch noch mal uns beraten lassen und vielleicht auch noch zu besseren Erkenntnissen kommen. Das ist Kernstück. Dazu kommen dann die Eingriffsbefugnisse des Jugendamts. Wir setzen konsequent das Heiratsalter in Deutschland herauf. Und noch eine wichtige Konsequenz, wir schaffen auch das Voraustrauungsverbot. Wir führen es wieder ein für Religionsgemeinschaften, religiöse Ehen, kulturelle Ehen, die vor dem 18. Geburtstag stattfinden. Das sogar auch abgesichert mit einer Ordnungsvorschrift. Ich denke, dass wir auf dieser Basis in gute Beratungen gehen. Und ich möchte noch eins sagen. Ich habe in der Berichterstattung damals im Herbst 2015 gesehen das Interview mit einem jungen Mädchen, die sehr froh war und die sagte, ich bin so froh, hier in Deutschland zu sein. Sie kam aus Syrien, weil ich habe gehört, hier werden junge Mädchen nicht von ihren Vätern verheiratet. Sie hat das Glück und für diejenigen, die das bis dahin nicht hatten, wollen wir es schaffen. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Fritz Felgentreu spricht jetzt für die SPD.